Hallo zusammen, ich bin der Manu, ich bin 25 und bin gerade in meinem Master Marketing Services & Communication Management. Ich bin gerade ein Gruppentreffen am Vorbereiten und zwar haben wir ein Praxisprojekt mit der SBB zusammen. Und zwar geht es in diesem Projekt darum, dass wir für die SBB verschiedene Marketingmassnahmen ausarbeiten. Das SBB-Projekt ist eines von vielen, die wir im Marketing Master haben und das ist genau das, was ich eigentlich schätze, weil so kann man mit den Business Partnern auch eng zusammenarbeiten. Was mir speziell gut an der HSG und an St. Gallen gefällt, ist, dass alle Studenten rund um die Uni wohnen. Ich hatte das Glück, dass ich in einen Viererweg gezogen bin und ich inzwischen mit denen schon eine kleine Familie bilden und gleichzeitig sind das auch meine besten Kollegen.